Hallo und herzlich willkommen hier zurück in Fallout 4 Wir sind gerade am schlafen, jetzt ist es wieder Tag Wir sind ausgeruht und allzeit bereit weiter an unserer Stadt zu bauen Ja? Genau, ja So, das hier ist ja soweit so gut Und jetzt wollen wir das hier hinten weiter bauen Das heißt, ich nehme mir jetzt einfach den da Hallo? Den hier nehme ich mir jetzt Dreh den so Wohl, ich kann den auch hier hinräumen Ja, das könnte man auch So ein Baum muss erstmal weg Aber den kann man da nicht so gut hinräumen Mal höchstens Hier so hinräumen Ja, so kann man den auch hinräumen So ist gut Und hier, den brauche ich hier denn gerade gar nicht Man muss sich hier ein bisschen aufräumen Den Baum würde ich da gerne weg haben Der geht aber nicht weg Gut, wir brauchen Zäune, Strukturen Na ja, siehst du, das ist noch nicht so gut Das war die falsche Taste Da, so ist schön Geil, so ist schön Und mal wieder andere Noch eins Ich kann mir jetzt ja wieder durchlaufen Das ist doch blöd Ich kann doch nicht Das ist gut Ach, dafür kriegt man sogar Erfahrungspunkte Das ist ja lustig Ich brauche mir eine Ecke Ja, das ist natürlich noch nicht so ganz optimal Die Streuhabern halt Und sind doch voll im Weg irgendwie So ist besser Und jetzt Bis zum Wasser hin wieder Das heißt, wir nehmen hier Noch einen so schräg Irgendwie Mal durchschießen Wenn man da nicht durchlaufen kann Ist das gut Wie brauche ich das da jetzt hin Dann bräuchte ich hier doch eine Ecke Dann bräuchte ich hier doch eine Ecke Dann bräuchte ich hier doch eine Ecke hin Das ist doof Das ist doof Sind ich jetzt hier irgendwie blöde Das muss ich nochmal anders machen Das ist doof Was ist denn im Holzstück hier? Man möchte das da einfach nicht hin Wenn man das so machen Von hier aus Sind wir dann die Jetzt hier so lang Bis hier hinten hin Das wird noch eine Aufgabe Bis hier hinten hin Ich glaube ich habe das bis hier nicht hin Das ist das denn Das ist das denn Bis hier hinten hin Ich bin hier ein Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ganz allmählich entsteht hier unsere Mauer, das chinesische. So, ganz allmählich entsteht hier. So, ganz allmählich entsteht hier. So, ist doch wunderbar. Weißt du, wir haben jetzt schon mal hier komplett rum die Mauer gezogen? Was können wir da hinten weitermachen? Gibt es keinen Eingang mehr, glaube ich? Das heißt, wir müssen einmal hier dicht machen? Ist aber außerhalb, das heißt, hier vorne ist es dicht. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, hier kann man auch nirgendwo raus, nach hinten. Haus ist also eigentlich auch an sich schon sicher. Mal gucken. Ah, hier im Garten. Mal gucken, entweder schließe ich das hier vorab. Ja, aber wir müssen sowieso hier, weil hier eine Tür ist, müssen wir hier eine Mauer lang sehen. Okay. Okay. Ja, aber wir müssen jetzt. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden noch hier durch Das ist noch nicht so ganz ausgeklügeltes System Wir stellen den aber hier vor Dann kommen wir nämlich hier nicht mehr durch Das ist noch nicht Das ist noch nicht mehr durch Das ist noch nicht mehr durch Naja, das ist noch nicht so toll. Aber ist das doch so? So, ich würde gerne oder. Ich mache das hier so hin. So, ist doch super. Jetzt ist das nämlich bis hierhin auch dicht. Da kommt keiner durch. Natürlich, die Feinarbeiten, wie das alles aussehen soll, muss man natürlich auch nochmal irgendwann machen. Aber erst mal haben wir uns die Mauer schon sehr weit ausgebaut. Das heißt, als nächstes müsste man die Mauer hier nochmal weiter ausbauen. Ich würde einfach sagen, hier rein. Ich kann natürlich hier wieder ein Tor machen. Okay. 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 So, versuchen wir es nochmal mit dem Tor. Da kommt man nicht durch, da kommt man nicht durch, perfekt. Jetzt muss ich noch hier hintenrum weiterbohren. Von hier bis dahin. Dann muss ich noch hier hintenrum aussehen. Ich bin immer noch ein paar Mal. Das ist ein wenig. Ganz viele kleine Holzbretter weg. So, jetzt ist es da dicht, jetzt muss ich noch von hier bis da dicht ziehen. Den Baum kann man gar nicht weg machen, ist ja lustig. Den auch nicht, den auch nicht, den auch nicht, den auch nicht, aber den, den auch nicht. Die alle nicht, aber den. So, jetzt muss ich noch von hier aufhören. So, hier ist die Mauer auch fertig. Das heißt, es müsste eigentlich... Ich könnte jetzt eigentlich, wenn ich sage, ich möchte das noch als mitbenutzen hier. Na, ich baue hier noch Mauern rein. Vielleicht, wenn hier ein Tor reinpasst, hier soll ich ein Tor reinmachen. Geht aber nicht. Da so gehen. Das ist aber schlecht. Das würden wir erstmal einlagern. Wie kann ich das anlagern? Ach, vielleicht kann ich auch woanders hin tun. Das passt hier leider nicht, wir müssen hier Mauern hin. Am besten, aber einfach so wäre ich hier. So. Kommt man hier durch? Da kommt man durch. Kommt man von außen auch da rein? Außen kommt man da eigentlich gar nicht rein, das ist schon mal sehr schön. So. Bisschen dichter. Kommt man da auch erst recht nicht rein. So. Hier auch nochmal. Hier auch noch mal. natürlich wieder so rein es geht also noch nicht so keine radar angriffe bei uns haben ja So ist schön. Auch hier kommt man nicht durch. Das ist wunderbar. So... Das Haus weg. Dann müssen wir jetzt nochmal... Viel zu viel Schrott hier. Wir haben jetzt erstmal das Tor mit. Und stellen das hier so hin. Und von hier aus jetzt einmal hier noch. So. Es wird ja... Die Mauer ist ja fast fertig. Das ist natürlich jetzt ja nicht ganz. Das ist blöde. Das ist ja... Zzzz-z-z-z-z Zzzz-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z das Dorf aufzuräumen und halt zu verschönern. Häuser anzulegen, Wohnorte zu weisen, Müll entfernen. Und dann geht es auch nächste Folge erstmal wieder weiter mit ein paar Abenteuern. Also das Krankenhaus wäre das nächste auf der Liste, jetzt wo die Mauer fertig ist. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.